Ich habe einen neuen Kanal in Teams angelegt und möchte dort eine Nachricht hinterlassen, aber die soll erst später erfolgen. Ich habe am Montag Urlaub und die soll aber erst am Dienstag dort für alle sichtbar sein. Kann ich das in Teams irgendwo festlegen? Wenn du den Kanal 2022 Videos eine Nachricht verzögert einstellen möchtest, kannst du es nicht mit Teams alleine erledigen, denn dazu brauchst du auch noch Outlook. Zuerst musst du neben dem Kanal auf die drei Punkte klicken und dort kannst du die E-Mail-Adresse dieses Kanals abrufen. Wenn du diese nun in die Zwischenablage kopierst und danach Richtung Outlook gehst, kannst du an diesen Kanal eine E-Mail-Nachricht schicken. Wenn du jetzt noch den Betreff ausfüllst und vielleicht ein bisschen Text schreibst und danach auf die Registerkarte Optionen wechselst und dort die zweite Schaltfläche von rechts auswählst, Übermittlung verzögern, kannst du festlegen, wann diese Nachricht an den Teams-Kanal geschickt werden soll. Wenn du das ausgewählt hast, sagst du schließen, klickst auf senden und diese Nachricht wird dann in den Postausgang gelegt und dann später in Teams eingetragen. Wichtig dabei ist, Outlook muss dafür geöffnet sein. Wichtig dabei ist, Outlook muss dafür geöffnet sein. Outlook